das ist halt noch ziemlich ätzend aber ich sehr schön gut das macht alles gleich noch sind bis auf der pixel hier der war gerade keinen sinn der pixel macht auch keinen sinn gut also so und jetzt nach allem riese kann ich hier so so was hin bauen so und dann kommt nämlich der trick dabei das coole also ich weiß nicht ob ich hinbekomme aber ich schau mal ich will nämlich warte doch mit der geländer ist das eigentlich ganz gut okay barriere glas ok länger in ausrichtung solche ich mache es mal gleich größer ok hier ist es zu tief gerade dann muss ich noch mal hoch noch mal hoch ja ja nicht so lang und bitte in kreis hier ist es zu hoch das ist jetzt so lange dauert aber ja ich wollte das mal ausprobieren und warum alleine hat er das ist immer noch geht er wieder hoch ja dann mache ich hier mal geländer nochmal runter nicht so nicht so runter aber dann wieder füllen mal schauen ob es jetzt passt ist denn länger so aber nicht ganz so lang so jetzt haben wir nämlich hier das problem dass da unten geht es ja hier so weiter da machen wir jetzt folgendes rein theoretisch ich weiß nicht ob es funktioniert ich weiß nicht ob es funktioniert aber ganz funktioniert nicht da müsste ich wahrscheinlich mit dem weg noch tiefer gehen da müsste ich mit dem weg tiefer gehen erstmal hier holz und hier das erstmal weg machen schon schon hier nein 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 so hier das da und zwar ganz tief rein aber so werde ich nicht habe ich wieder tonne ausgestellt ja habe ich okay okay so dann mache ich nämlich mit einer treppe ähm und dann gerade und dann mache ich die beiden weg so interessanter weg das ist doch mal modernes kunstwerk hier okay okay ich will hier raus danke so aber jetzt müsste ich das hier schließen können so und zwar äh ja hier wenn nein 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 äh so okay und das wird glaube ich schon reichen barriere wie viel hat es eigentlich jetzt gerade gekostet ich glaube nicht sehr viel aber wenn wir verändern ja 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 Okay, denn das am Eingang werde ich gleich wieder erniedrigen, vor Böse. So, und wieso ich das gemacht habe, ist, weil ich das alles unter Wasser setze. Dann... Ja... Nein, das ist nicht gut. Dann noch ich die nochmal weg. Und das da auch weg. Den bitte auch weg. Geländer, Geländermannländer. Oh fuck. Gut, wieder hin. Entschuldigung. Er hat nichts gesagt. So. Und jetzt angleichen. Ich glaube, so ist es gut. Gut. Ich glaube, so ist es jetzt gut. Gut. Und jetzt nochmal eine Barriere. Auf ein neues. Wieder wird gewölbt. Warte, äh, kann ich dich? Kann ich nicht. Ich kann nicht. Oh. Ah, okay. Du bist ein bisschen zu tief, mein Freund. Und du bist zu hoch. Ah, ich muss niesen. Ach je. Entschuldigung. So. Ähm. Hier ist das richtig gut. Deswegen werde ich alles auf diese Höhe angleichen. Das hätte ich von Anfang an machen wollen. So. Nein. Hier ist dieser Schnipsel, ne? Aber ich glaube, der ist egal. Hoffe ich mal. So. Ah, Barriere. So. Bitte. So. Bitte wieder mit, ähm, gewölbt. So. Jetzt so nah, wie es möglich ist. So. Ah. Ah. Es ist nicht ganz gut hier. Warte, ich mache ein Spire. So. Und dann mal wieder. Nee. So. Und dann bin ich ganz außen rum. Ja. Super. Äh. Wie sieht es unten aus? Kommt man hier rein? Ja. Sieht da ja noch ein bisschen rau aus. Aber das, äh, das kommt alles danach. So. Gut. Äh. 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 So. Also. Ähm. Hier kommt nämlich ein fettes Wasserloch hin. Und, äh, drücken. Aber nicht mehr so stark. So. Ja. Wobei, hier, hier können wir ja schon, schon stärker. Ich will, äh, ich will halt, dass es, äh, äh, oh Gott. Äh, dass es so natürlich wie möglich aussieht. Und da, äh, sind so, so Ecken und, äh, so Ecken und Kanten halt, äh, ziemlich blöd. P-L-Ö-H-T. So. Ich muss halt schauen, dass, äh, ich überall, also hier, hier kannst du ruhig so tief, äh, äh, bleiben. Aber ich, ich muss halt schauen, dass, ähm, dass ich, äh, ähm, ja, äh, Ausläufer hab und, äh, dass, äh, dass die Tiere halt, äh, wieder rauskommen. Ne? So. So. So, hier zusammenziehen. Und deshalb wird halt dann mein fettes, äh, Afrika-Erlebnis hier, so Savannen-mäßig. So. Und außenrum können die Leute natürlich auch gehen. So. Da brauche ich ja dann natürlich, ähm, Wasseraufbereitung hoch 20. So. So. Ne, das, das sieht noch nicht gut genug aus. Hier wär's glaub ich besser, aber könnte sein, dass es nicht überall hier, ah, wahrscheinlich hier. Gut. Dann kommen hier die nochmal weg. und, äh, nochmal Gelände anpassen, bitte. Warte. Hier anpassen, genau. So. Barriere. Nochmal Glas. Und nochmal geschwungen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Sonst bin ich beleidigt. Das kommt da und das kommt hier. So. Bin mal gespannt. Immer noch nicht ganz. Ja, natürlich, das da ist natürlich höher als, äh, das hier. Da muss ich jetzt alles erhöhen oder was? Damit das nicht so dämlich aussieht. Ähm. Okay. Äh, Wasser raus. Und, ähm. Ja. Erstmal nachdenken, Dobby. Und dann müssen wir machen. Warte. So. Okay. Ähm. Aber ich, ich musste ja alles ein bisschen erhöhen. Warte. was ist das meistens die keine ahnung was ich hier gerade machen aber es sieht lustig aus gut die verschiedene gerade geld hier das ist es so okay 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 alles klar alles klar herkommen ist da Stärke kann so bleiben aber größe größe mach ich mal es ist halt doch das muss doch tiefer gelegen sein wieso geht es da nicht es geht nur hier da oben nicht irgendein Zaunteil wahrscheinlich das da das ist so anstrengend hier Geländer wieder anpassen bitte so das ist doch jetzt schön ne bitte wasser und zwar ganz oben hin nein er will immer noch nicht und so ich finde es so sieht es noch kacke aus also nicht nicht kacke kacke aber blöd das da sieht auch nicht schön aus ah was ist denn hier für ein unsinn passieren was ist denn hier für ein unsinn ich glaube das ist es jetzt also ich hoffe so aber ein ganz ehrlich das muss jetzt gewinnen weil sonst habe ich irgendwas falsch gemacht und ich kann mir nicht vorstellen was so und ja so und ja so und ja der dreht sich halt jetzt in die andere Richtung egal wir schauen jetzt mal ob das wasser jetzt nein immer noch nicht das gibt's doch nicht die sind auf einer höhe ich glaube ich muss mir das video nochmal anschauen von dem vom dude der hat es geschafft genau hier am am oberen rand das zu machen ich glaube ich schaue das mir nochmal an weil wir haben jetzt schon wieder 20 minuten überschritten und auf jeden fall wird es so mehr oder weniger dann aussehen gut danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten mal macht's gut bye bye